Willkommen im IMAX-Theater. Hier sehen Sie nicht nur Filme, Sie sind ein Teil davon. Crystal-clear IMAX-Image, unglaublicher IMAX-Sund und die Welt's beste Projekttechnologie wird die Welt der Filme, wie Sie es kennenlernen. Ich hatte gerade wieder welche, wir haben darüber gesprochen. Meine Einer, um mich herum, Marvel? Nein. Okay. Bollywood, die driften dann mehr nach Bollywood. Ist auch okay. Also wie gesagt, mit meiner Einer hier, Marvel, wenn er sich da informieren möchte, muss er es alleine machen. Wie gesagt, wir haben gerade hier noch ein bisschen philosophiert, weil wir haben ja große Comic-Lähen am Limbecker noch und so weiter. Und wenn die Kinder dann plötzlich das Comic sehen und den Film sehen und es sieht anders aus, dann muss man denen erstmal erklären wegen den Urheberrechten. Comics, die da gemacht werden, haben eine andere Urheberfrequenz, wie der im Film und so weiter und so fort. Und deswegen ist manchmal die Figur etwas anders. Die hat ein anderes Kostüm an, ist aber, sagen wir mal, der Wolverine. Aber der Wolverine sieht dort anders aus, wie er dort aussieht. Oder Iron Man sieht dort anders aus, wie er da anders aussieht. Das ist eben so. Das ist eben so. Angella hat. Da wird... Du mal mehr mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Luminanter, weniger und die Augen wird auch nicht mehr so schaffen, wenn es zu dunkel ist. Bei einigen 3D-Filmen war das sogar gut, dass es zu dunkel ist. So, wir sind 100% pro IMAX-Fan. Seitdem es IMAX gibt, war ich fast in jedem Film drin. Manchmal sogar an einem Tag alle durchgezogen. Immer Platz 24, 25 in Bochum. Da gab es mal IMAX neben dem Express. So, gibt es nicht mehr einen Punkt. Ich schlag mich mit Betrügereien durch, seit ich 10 bin. Ich bin von der Flugakademie geflogen, weil ich meinen eigenen Willen hatte. Ich werde Pilot. Der Beste in der Galaxis. Hey, Kleiner. Ich brauche eine Crew. Seid ihr dabei? Das heißt ja. Ich bin vielleicht die Einzige, die weiß, wer du wirklich bist. Und wer bin ich? Solo. A Star Wars Story. Halt dich bereit. Ich dachte kurz, wir wären in Schwierigkeiten, aber alles in Ordnung. Alles gut. Düsseldorf gibt es auch kein IMAX mehr. Lohnt sich also nicht für uns. Wir müssten echt zwar nach Sindelfing oder nach Speyer. Da mal eben für einen Film hindüsen, ist zu weit von hier aus. Und das Museum kennen wir auch mittlerweile auswendig. Die Flieger kennen wir auswendig und so weiter. So, wir bleiben bei Star Wars. Star Wars ist momentan eine Gerüchteküche, weil jetzt neun anfängt. Es werden Babys gecastet und so. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Ich lese ja viel und recherchiere viel und versuche dann, muss auch warten hin und wieder, dass die Deutschen das übernehmen. Denn einige leben ja davon. Diese Comicbörsen oder erweitertes Universum, die arbeiten dran. Oder der Kanon. Die gibt es ja auch. Es gibt ja auch verschiedene Gruppen, die nur von Star Wars leben. In Star Wars leben. Und somit kann man dort doch Informationen bekommen. Manchmal muss man halt warten, weil sie die Informationen selbst verarbeiten möchten. Sie leben halt davon. Wir hier leben nicht von Star Wars. Wir leben nicht von Figuren. Wir haben überall rumgefragt. Der Figurenmarkt ist momentan mau. Der ist nicht so angesagt. Woran ist das? Wenn ihr Raum für ein Home-Movie-Theater und ein viel extra Geld habt, gute Nachrichten. Du kannst jetzt dein eigenes IMAX-Screen haben. So, in der Welt der DC und Marvel ist auch vieles los, weil DC fragt sich auch gerade, warum hat Marvel so viel Zuspruch und DC nicht. Und wir hier sagen, Star Wars an sich geht es uns ja gut. Star Wars war schon immer irgendwie für sich. Hat nie so abgegraben. Ja, wenn man mal die ganzen Statistiken sieht, erst ab E7 ist Star Wars so ein bisschen wieder. Und ich habe ja gerade, wie gesagt, mit den Marvel-Leuten gesprochen. Die sagen auch, ja, hier in Deutschland alles mau. Hier läuft das alles nicht so. Im afrikanischen Raum, der Panther zum Beispiel, der wird richtig gefeiert, der wird auch richtig begrüßt. Man geht da auch mit seiner Zunft ins Kino. Unvorstellbar hier in Deutschland. Ist halt so. Keine Ahnung, warum hier Deutschland so komisch ist. Warum ist so. Hier kann man die Leute nicht anheizen. Nö. Osser die Bayern vielleicht. Die kämen mit ihren Leder unten. Aber sonst halt keiner. Also DC Comic World hier in Deutschland, da geht es richtig zur Sache. DC fragt sich, warum Marvel und so. Ich meine, DC hat ja auch gute Leute, die da rumlaufen. Aber Marvel halt. Hat es. Ja, Marvel halt. Ist halt so. Liegt vielleicht am Lieb. Kann auch sein. Ne. Wer gut malt oder halt es gut vermarktet hat. Ist wirklich. Eine lange Reihe da, die sich. Wirklich. Aber DC, Marvel, die diskutieren momentan. Würde mich freuen, wenn bei uns das auch mal passieren würde. Aber Star Wars ist ja immer so ein bisschen ruhig. Ja. Und. Das ist ja immer so ein bisschen fühlt. Er ist ja nicht so, Oh. Und. Oh. 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 mein lieben community freunde im wohnzimmer man haut rein erzählt was ich will jetzt die früsten nicht überflügeln weil das sagt das wort schon die verrückten machen da ich habe gerade toiletten bilder gesehen wo es ein star wars toiletten häuschen unter uns star wars habe ich noch keine toilette gesehen war jetzt sozusagen die erste variante wo gehen die hin haben die raumschiffe überhaupt so ein ort die sitzen da alle auf einen haufen kämpfen dann wie so ein weltmeister ich bin ruk rukwan enttäuschung infiltration exfiltration spezialeinheit doch beheben ab und dann geht es los ja wie gesagt mal schauen was ich mir heute anschaue und ich kann hier auch wieder acht anschauen so oft gesehen aber durch die neue technik die ich mir da geleistet habe werde ich mir etwas schärfer anschauen und es klappt ja jetzt alles es war hochgradig interessant ich habe also wie gesagt viele techniken und die neue technik habe ich dann auch eben durchgelesen setzen sich bitte hin nehmen sie ihre 3d brille aufsetzen also ich musste die aufsetzen wollen wir weiter an wo ist hier was schauen sie mich an wir zwei sollten reden habe ich mich heute ein bisschen lockerer angezogen wie man sieht ist gar nicht so warm oder ist das so warm also hier ist es jedenfalls nicht so warm leider aber so ist es zum schluss marvel strich sie haben den aktivierungscode und ich kann ihnen vielleicht helfen also her mit dem code wir unterhalten uns gerade über marvel flash und so weiter dass die besten ja wo ich die gesehen habe weiß ich nicht auch egal ich würde mich jetzt nicht über marvel hier wir könnten jemanden wie sie wirklich brauchen eine hand wäscht die andere ist es ganz einfach ich kriege am ende sowieso was ich will also wie gesagt ziemlich frisch weil er zu frisch ist meine besten techniker hätten gerade ihren droiden also wollte auf etwas hinaus da kam kunin 7.1 im englisch 5.1 dts in deutsch und wenn man so eine anlage hat man hat sich extra eine gekauft für 7.1 und die deutschen bekommen dann nur immer 5.1 eine kollege wollte sogar 9.1 soll ich lasse es sein bringt nichts sogar mit atmos war wie gesagt gestern bei saturn und sah dann ein bisschen kam ich da drauf dies hier in marvel ganz fett und in irgendeiner stube da star wars hallo grüße mein angebot steht ich will nur den code es ist zeit fürs imperium gehen sie nicht mit ihm unter sie haben recht die zeit des imperiums ist gekommen einige kunden finden es gut dass es so gemacht wird weil dann lernt man jemanden kennen mit dem man darüber sprechen kann heute wie gesagt momentan deswegen marvel ist klar und dc also dc und marvel die unterhalten sich auch gerade warum läuft da bei dc nicht so wie bei marvel und so weiter und so fort aber wir sind hier bei star wars wohnzimmer ich höre es mir natürlich an ich diskutiere hier auch wenn die kamera aus ist weil wir wollen jetzt nicht über marvel und dc reden die haben momentan die oberwasser zum ersten mal ist klar weil die alle auf einen haufen waren auch der panther der im oktober schon zu haben sein wird und wenn wir jetzt nach hansolo und bei hansolo bleiben wir und wenn hansolo gelaufen ist haben wir ja schon juni und dann haben wir vielleicht glück dass wir das im dezember schon erhalten weil wir müssen ja dann nicht mehr sechs monate warten sondern ein jahr weil e9 erscheint erst aus welchem grund auch immer erst im dezember ja ok ist immer also ich freue mich jeweils jetzt am vierten morgen ist der france day morgen können wir wieder den france day machen dann mache ich auch einen france day videoclip und schauen so france day so france be with you so france be with you ja und dann am 14.4. können wir nochmal den lukas huldigen dann hat er nämlich geburtstag ja dann ist auch schon hansolo da und ja dann ist juni und dann ist erstmal für lange zeit ruhe ja wir werden dann wie gesagt eine tolle sendung machen über hansolo damit fangen wir dann an gehen in die tiefe weil wir filmen ein filmclub filmfreunde und so weiter möge die macht und mit vor allen dingen die 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 macht mögen und auch eigene küberschwerter besitzen so mit schwitzen ist hier nichts ich friere mir einen weg ist doch gar nicht so warm wie gedacht ist halt so ja ist halt so also wie gesagt momentan ist überall ein bisschen flauter mit punkto äh figuren und so werden wir haben auch nicht weihnachten wir haben auch kein ostern da war richtig was los so jetzt kommt pfingsten ist ja auch so ein bisschen ruhig ich glaube nicht dass da irgendeiner eine figur haben will ja also wie gesagt ihr müsst noch ein bisschen warten mit allem weil ich sehe gerade ich habe sogar taschentücher die solo heißen aber auch nicht schlecht stehe jetzt nicht auf und zeig es euch ja da ist ja ich habe sogar solotaschentücher wusste ich gar nicht durch zufall ich sehe das ich habe die solotaschentücher edition sogar keine ahnung wenn die mir ja vorbeigebracht hat ja also ich habe sogar solotaschentücher bin ja aber ich habe nichts mit irgendwelchen laserschwertern ich werde mir jetzt mal die preise des repliks anschauen damit ich auch ein echter hansolo werden kann weil die plastikversion die gehört mir ja überhaupt nicht die müsste ich ja total auseinandernehmen und neu überarbeiten es gibt ja auch eine replik von hansos waffe und auch sein halfter gibt es als replik und den rest kann man sich ja dann auch zusammen kaufen und eine wunderschöne figur hinstellen als hansolo das werde ich wohl schätzungsweise erst im juni tun so jetzt erstmal ist schluss ich glaube nicht dass ich die kamera heute nochmal anmachen werde ich habe sehr also ich habe ja gestern schon eine lodation auf yayoshi nakanishi und marco quarta gehalten weil die helfen und weil die helfen bekommen sie auch eine lodation versteht sich und ich denke mir jeden tag mal neues aus bis ich das richtig gefunden habe was mir so richtig gefällt na ja bb8 schaut mich auch wieder an sagt nimm dir einen keks na ja also jeder der hier mitmacht kriegt sicherlich etwas das soll eine wunderschöne symbiose werden wo wie asterix oberlix oder chopgun also so richtige typen die hier irgendwas tolles machen ja das war's genau ich muss jetzt unbedingt wieder einen kaffee ich brauche unbedingt einen kaffee ja mittagszeit und ich habe wieder sehr vieles erfahren über deutsch also film ne das da und so ja und dass die figuren in amerika für 3 cent 3 us cent zu haben sind figuren ja für 3 cent überwiegend rupert aber egal auch die alten sind gerade für 65 prozent minus angeboten worden 65 prozent auf starmus ich werde heute abend glaube ich mal nach rewe fahren kann sein dass die auch ein paar preise haben fallen lassen und ich fahre direkt nach toystar us durch und schaue mich da mal um bei karscha habe ich gestern gar keine interesse gehabt weil meistens liegt da sachen also meistens liegen dort sachen rum die ich nicht noch nichtmals meinen kunden geben würde unterstes niveau an plastik ne ne also die kunden sollen hier schon tolle sachen bekommen und ihr sollt vor laufender kamera auch tolle sachen sehen und nicht hier ähm spielwaren gedöhne da wo das plastik weiß ich in 5 cent in der vorbereitung war oder so manches plastik sieht nicht gut aus ja wie gesagt ok zum abschluss bei saturn und media march ist ja momentan DC und Marvel auch so richtig fett überall so fett Marvel DC Marvel DC so riesengroß riesenfett ja beim mediamarkt und bei saturn und starus wirklich weit weit weg in irgendeiner ecke auf irgendeinem Stab Plastikstab ganz weit weg ja ist ist keine ahnung keine ahnung ich weiß auch nicht was mit saturn und mediamarkt los ist oh egal ihr seid hier richtig hier ist starus hier bleibt starus BCE Sund beispielsweise Halt z 6 Ob ich es schaffe es auszupacken, ich weiß es nicht, also momentan ist viel los in der Welt, DC, Marvel und so weiter. Er hat nur geguckt, weitergezogen. Jetzt gucken wir mal, die Fakum aufkriegen ich schon mal. Ey cool, eine ist schon mal gekommen. Cool, eine ist schon gekommen. Das verstehe ich jetzt zwar nicht, ich habe alle drei bestellt, ich habe alle drei auf einmal bestellt, aber es kommt nur eine. Hans Solo ist da, ja lüge ich denn, der neue Hans Solo ist da, aber die anderen beiden weiß ich nicht. Merkwürdig, merkwürdig, ich habe alle drei bestellt, die habe ich alle bestellt, auch Kira war dabei, aber ich sage ja, die anderen sind terminiert worden bis Juni, die anderen bis Juli, den Darth Vader Helm, keine Ahnung und ich den erhalte, da ist er, er ist da. Hans Solo ist da und die Kamera hat auch sein Gesicht erfasst und ich kann da wunderbar mit arbeiten. Die Kamera erfasst Gesicht, sie hat mein Gesicht erfasst, hält das scharf, sein Gesicht da unten hält das scharf. Ach herrlich, die Kamera macht wieder voll mit. Hans Solo ist da, Ladies and Gentlemen, Hans Solo ist da, der Herr Ehrenreich, ja ja klar klar. Nicht schlecht. Hans Solo erfindet sich neu. Nachdem er sein altes Leben hinter sich gelassen hat, mittlerweile fühlt er sich immer wohler in der Gesellschaft von Gaunern und Ganon. Hans Solo, also wenn ihr jetzt kennt Französisch, wusste ich gar nicht, dass sowas als Geschichte auch dahinter steht. Da habe ich noch nie, ich hingehe jetzt an der Wand und dann ist die Sache für mich erledigt. Aber, dass da auch noch Geschichten hinter stehen, das wusste ich nicht. Ich lerne jeden Tag dazu, merkt ihr das? Ich lerne jeden Tag dazu. Wie gesagt, diesmal kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gesichtlicherweise Pause hier. Ja, aber, wie gesagt, hat er alle bestellt. Sollten sich heute alle kommen. Und dann kommt noch eine. Tja, ob die anderen heute auch noch kommen, weiß ich nicht. Dass doch mehrere kommen, glaube ich nicht. Aber ist okay. Ich hab dann so... Ich hab wieder ein Pippchen. Ich hab wieder ein Pippchen. Ich hab wieder ein Pippchen spielen. Ja. Ich hab Han Solo. Ich hab jetzt gestern das Han Solo T-Shirt bekommen. Heute hab ich den Han Solo. Ich freu mich so sehr auf Han Solo Filmen. Wird Spaß machen. Bis zum nächsten Mal.